Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin wieder hier mit dem Beitrag von Özge Gürl und Serkan Kejoglu. Heute sprechen wir über das Privatleben zweier erfolgreicher Menschen. Wenn Ihnen unser Video gefällt, vergessen Sie nicht, auf die Schaltfläche, gefällt mir, zu klicken, unseren Kanal zu abonnieren und Ihre Gedanken im Kommentarbereich mit uns zu teilen. Bei dem mit Spannung erwarteten Treffen werden die türkischen Stars Özge Gürl und Ken Yaman erneut die Herzen erobern, indem sie gemeinsam ein neues Projekt unterzeichnen. Das dynamische Duo, das für seine früheren Kooperationen gelobt wurde, wird dem Publikum seine Öle für das Nachtgebet auf der Leinwand präsentieren, was eine köstliche Mischung aus Romantik und Lachen verspricht. Die Ankündigung sorgte auf Social Media Plattformen für Aufsehen, da Fans des geliebten Paares seit ihrem letzten erfolgreichen Projekt sehnsüchtig auf Neuigkeiten zu ihrem gemeinsamen Projekt warten. Von unseren talentierten Schauspielern Özge Gürl und Ken Yaman, die das Publikum bereits in vielen Projekten gemeinsam fasziniert haben, wird erwartet, dass sie ihre Magie erneut entfalten, indem sie eine faszinierende Erzählung schaffen, die ihre Chemie und ihr Schauspielerisches Können in diesem Fernsehen offenbart. Während Details über das neue Projekt geheim bleiben, behaupten Branchenkenner, dass die Geschichte eine neue Perspektive auf Liebe und Beziehungen bieten und den Fans eine reizvolle Mischung aus Romantik und Komödie bieten wird, ein Genre, in dem Gürl und Ken Yaman zuvor erfolgreich waren. Özge Gürl und Ken Yaman teilten die aufregenden Neuigkeiten mit ihren Fans in den sozialen Medien. Die Schauspieler brachten ihre Begeisterung über das Wiedersehen auf der großen Leinwand zum Ausdruck und versprachen dem Publikum ein unterhaltsames und berührendes Erlebnis. Vielen Dank, dass Sie eines Tages zugeschaut haben. Auf Wiedersehen, Sie in neuen Videos zu sehen.